kurzen video stanley du läufst nackt rum ne stanley aus dem südharz läuft nackt rum ja und alle halten dann die augen zu oder offen je nachdem er will sich einfach nicht anziehen er hat schon über 50 polizeieinsätze ausgelöst er will sich aber nicht anziehen wieder läuft er so im gebirge läuft er nackt gut im wald kann ich das verstehen bin ich auch schon nackt gelaufen ist herrlich ist eine art von freiheit aber in der großstadt wäre das natürlich nichts mehr was meint ihr könnt ihr einmal kommentieren hier in die kommentare genau da in die kommentare und dann gerne auch abonnieren damit stanley weiter laufen kann ich richtig bleibt dran